Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry. Wir haben das letzte Mal sehr erfolgreich uns verteidigt und dieses alte Schrott hier ihr Boot eingenommen, um hier selbst ein kleines schönen Schlauchboot zu erhalten, um weiter ins Landesinnere vorzurücken. Und unsere Aufgabe ist jetzt hier da oben, da, da hin zu kommen. So, und das machen wir jetzt. Seit Spänen war erstmal die ganze Geschichte hier aus. Waa? Ich hab' gar nicht erwartet. Hast du schon das neue Video von TheBurke gesehen? Nein, Mann, die Internetverbindung hier ist so scheiße. Also ich hab' eigentlich nie ein Problem. Ach, halt doch die Klappe. So. Die Haie werden sich freuen. Hier ist doch einer. Alle weggemacht. Oh, schön. Oh, das Schwein, ey, ich hab' mich so tode erschreckt. GEDAMMT! Da vorne sind schon wieder welche. Mal schauen. Oh, die quatschen schon wieder. Also, ein neues Mafia-Video, das geht ganz schön zur Sache. Hast du das schon gesehen? Ja, aber die alten Videos, vor allem das, wo er in dem Bordell war. Oh, das war gut. Du konntest aber auch nur über das eine nachdenken. Ja, und zwar, dass ich neue TheBurke-Videos gucke. Also, hier gibt's anscheinend nur ein Thema, würde ich sagen. So, jetzt haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, entweder hier durch den Bunker, oder da hoch. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Da stehen es wieder zwei. Ich sag dir eins. Wer sagt, dass du Börke kein Auto fahren kannst, der spinnt. Der spinnt total. Hast du geklappt? Das ist doch nicht seine Schuld, wenn die immer alle reinfahren. Er versucht doch nur, ein Ort hier an Ziel zu kommen. Er fährt einfach scheiße. Haben Sie nichts besseres zu tun? So. Fragen? Aber hier ist doch jetzt so ein... Kann sein, dass ich hier herkomme, wäre ich den anderen Weg genommen? Ja, aber... So wird's die Wesen sein. Okay, ich würde sagen... Wie jeden mal lieber auf... SMG. Scheiße, da kommt ja... Ein Helikopter. Nimmt der mich mit? Scheiße, da kommen Leute raus. Hier. Hehehe. Ich habe sofort eingepackt das Ding. Ach, die scheiß Luco auf, Junge. Oh. Durch den Stein durch, oder wat? So, ne Büsche ist immer schön, dafür stecken wir uns jetzt. Na, warten wir hier einfach. Ach. Haben wir. Scheiße. Ich krieg. Aha. So, ich sag mal, so wie es ist hier unten, sind wir sicher. Ich komme ja nicht mal da drin, Junge. Hohoho, Kappen, jawohl. Trinne, sehr gut. The beta strain of mutagen is more potent than I originally anticipated. The test subjects are demonstrating superhuman qualities, but are somewhat unstable. I am concerned they may become difficult to control. I have taken the precaution of using my own DNA as a carrier for the strain. Perhaps this will give them some primordial instinct, liege them to me. Hallo. Hallo. Yeah. Ich brauche also einen, äh, äh, Sprengsatz. Wie gut, dass hier zufällig genau ein Sprengsatz liegt. Geil. Ah, Schall gedämpft. Geil. Äh, ja da. Ist ja klar. Dann raus. Alles kaputt gemacht. Gut. Gut. Okay. Hau doch mal alle ab hier. Oh, Kurde. So, also wir haben jetzt hier die Möglichkeit, anscheinend hier zu fliegen. Oder wir laufen einfach hier runter. Wir fliegen natürlich. Aber das beim nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen. Äh, hinterlasst gerne einen Kommentar. Auch mal, was für Spiele euch sonst noch interessieren. Was mal hier ein bisschen anzocken könnten. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.